Hi und herzlich willkommen zu 10x10 Minuten Pause. Wenn du zum ersten Mal meditierst, musst du dir keinerlei Gedanken machen. Ich begleite dich wirklich Schritt für Schritt durch den einzelnen Prozess. Aber auch für Fortgeschrittene und Geübte sind diese 10x10 Minuten Pause absolut empfehlenswert. Es ist wichtig, dass man ab und zu wieder zu den Anfängen zurückkommt, denn es gibt immer etwas Neues zu entdecken mit einem frischen, offenen Geist. Aber jetzt fangen wir mal an. Erlaube deinem Körper und Geist, sich einfach zu entspannen und zu relaxen, indem du dir 10 Minuten Pause gönnst. 10 Minuten, in denen du nichts tun musst. 10 Minuten, in denen du nichts analysieren musst. Über nichts nachdenken musst. Einfach mal da sein. Nichts tun. Nimm dir also einen Moment Zeit, um es dir bequem zu machen. Du kannst dich dazu auf einen Stuhl setzen oder auf den Boden. Was immer für dich angenehm ist. Lass deine Augen noch für einen Moment geöffnet und senke deinen Blick etwa einen Meter entspannt vor dir auf dem Boden. Du musst nicht auf einen bestimmten Punkt starren. Lass den Blick ganz sanft und entspannt vor dir ruhen und sei dir des Raumes um dich herum bewusst. Nimm nun einige tiefe, bewusste Atemzüge, indem du tief durch die Nase einatmest und bewusst und laut hörbar durch den Mund aus. Du kannst so richtig schön seufzen bei der Ausatmung, so allen Stress loslassen. Atme tief und bewusst durch die Nase einatmen und hörbar durch den Mund aus. Und noch einmal tief und bewusst durch die Nase einatmen und ausatmen durch den geöffneten Mund. Bei der nächsten Ausatmung kannst du deine Augen sanft schließen. Und dann lass den Atem ganz normal kommen und gehen durch die Nase. Werde dir nun der Schwere deines Körpers bewusst und spüre, wie die Schwerkraft deines Körpers dich tief in den Stuhl zieht oder in den Boden. Entspann deine Arme, deine Beine. Und während die Schwerkraft deines Körpers dich entspannt, lass deine Wirbelsäule trotzdem aufgerichtet und den Kopf gerade, sodass der Atem frei in seinem natürlichen Fluss kommen und gehen kann. Wie fühlt sich dein Körper gerade an? Entspannt oder angespannt? Nimm dir nun einige Momente Zeit, deinen Körper zu scannen. Von Kopf bis Fuß. Beginne mit den Füßen. Nimm deine Füße auf dem Boden wahr, die Kontaktstelle von Fußsohle und dem Boden. Wenn du Schuhe trägst, wie fühlt sich dein Fuß in den Schuhen an? Eng geschnürt oder locker und angenehm? Geh mit deiner Wahrnehmung dann weiter in Richtung Schienbein und Wade. Einfach registrieren und loslassen. Die Knie wahrnehmen, die Knie wahrnehmen, registrieren, loslassen. Die Oberschenkel wahrnehmen, registrieren, loslassen. Die Sitzhöcker und deine Hüfte. Dein unterer Bauch. Ist er angespannt oder entspannt? Wenn du eine Hose trägst, kannst du spüren, ob der Bauch eingeschnürt ist oder locker und entspannt in der Hose sitzt. Geh weiter hoch zum Brustbein. Wahrnehmen, registrieren, loslassen. Deine Schultern. Sind sie locker? Und entspannt? Wie fühlen sich deine Arme an? Deine Hände? Dein Nacken? Der Kehlkopf? Entspann dein Gesicht. All die kleinen Muskeln um die Augen herum. Und um den Mund herum. Den Kiefer. Die gesamten Schädelknochen. Bis hin zu den Ohren. Richte deine Aufmerksamkeit nun auf den Atem. Vielleicht kannst du wahrnehmen, dass dein Atem deinen Körper bewegt. Mit der Einatmung hebt sich der Brustkorb und mit der Ausatmung senkt er sich wieder. Registriere für dich selbst, wo im Körper du die Bewegung des Atems am besten wahrnehmen kannst. Vielleicht ist es für dich der untere Bauch oder der untere Rücken. Vielleicht auch die Schultern. Auch hier, es gibt kein richtig oder falsch. Es geht nur um das Wahrnehmen, registrieren und wieder loslassen. Um den Fokus auf den Atem zu halten, zählen wir nun von 1 bis 10. Leise für uns im Geist mit der Einatmung 1, mit der Ausatmung 2, mit der Einatmung 3 und mit der Ausatmung 4 bis 10. Wenn deine Gedanken woanders hinschweifen, bringe deine Wahrnehmung sanft zum Zählen des Atmens zurück. Und nun lass deinen Gedanken für einen Moment freien Lauf. Sie können denken, was sie wollen. Lass deine Gedanken dahin fließen, wo sie hinfließen möchten und über das Nachdenken, worüber sie nachdenken möchten. Keine Kontrolle mehr für einige Momente. Und dann komm langsam wieder zu deiner Körperwahrnehmung zurück und werde dir der Schwere deines Körpers bewusst. Spüre den Stuhl oder den Boden, auf dem du sitzt. Vielleicht kannst du einige Geräusche um dich herum wahrnehmen. Und komm in deinem eigenen Rhythmus wieder zurück mit deinem Bewusstsein in den Raum und du kannst die Augen öffnen, wenn es dir angenehm ist. Vielleicht magst du dich strecken. Aber bevor du nun aufspringst und das tust, was als nächstes ansteht, bleib einfach noch für einen Moment hier und spür dem nach, was du gerade erschaffen hast, in diesen zehn Minuten Pause. Wie war es denn jetzt? Du bist der Schaeffel jetzt. Wie war es denn? G Reg resilience heute hier ein bisschen mehr tun ist. Aber ich bin in oben Vielen Dank.